Yo, wassup people! Boah, die Dance Battles werden so krass. Hey! Was geht ab, Leute? Hier ist Keramica! Wir bereiten uns gerade Tag und Nacht für dieses Halbfinale vor. Wir haben richtig gute Gegner aus Frankreich. Wir wollen alles geben, um Deutschland zu repräsentieren. Und dafür brauchen wir jeden einzelnen von euch. Drückt uns die Daumen! Donnerstag, 20.15 Uhr, einschalten, anrufen. Anrufen. Sieben! Hi! Sieben! Sieben, das ist ja kein Spruch. Sieben! Deutschlands beste Acts im großen Dance Battle von Got2Dance. Immer donnerstags, 20.15 Uhr.